Ich denke ehrlich gesagt, dass jede Person so einen Aufenthalt richtig guttun würde, weil man zu sich selbst kommt. Man nimmt sich Zeit, reflektiert, hat gewisse Therapien und spürt sich so richtig im Körper, was gut tut, was jetzt nicht gut tut. Und so extrem auseinandersetzt du dich kaum, wenn du keine Probleme hast. Hello, hello world! Heute werden wir in eine Welt abtauchen, die alles andere als rosig und schön ist. Kelly wird uns in dieser Podcast-Folge von ihrem Psychiatrieaufenthalt erzählen und uns ihren Weg zur mentalen Stärke erklären. Sie hatte mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen und musste den Weg nach oben sich richtig erkämpfen. Die Erfahrungen mit Erschöpfungsdepressionen und Angststörungen haben dazu geführt, dass sie anderen Mut machen möchte, sich rechtzeitig Hilfe bei psychischen Herausforderungen zu holen. Heute arbeitet Kelly für das Projekt ENSA, was für Erste Hilfe für psychische Gesundheit steht und kann mit ihren persönlichen Erfahrungen Menschen helfen, die eine ähnliche psychische Erkrankung zum ersten Mal erleben. Ich freue mich auf einen sehr transparenten und ehrlichen Podcast mit einer starken und sehr mutigen Frau. Welcome to my Podcast! Vielen Dank, liebe Mira. Danke dir, liebe Kelly. Du merkst es nur schon bei der Intro. Also ich konnte diese Wörter gar nicht aussprechen. Ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt da ein paar Schnitte gesetzt, weil Angststörungen, Angstzustände, Depressionen, das brauche ich nicht sehr viel in meinem Wortschatz. Zum Glück. Ja, zum Glück. Und heute hast du was Rosarotes an und das Leben war doch nicht so rosarot und schön. Genau, genau. Aber jetzt ist es schön. Jetzt ist es schön, genau. Und diese Reise möchte ich unbedingt mit der Welt teilen, denn du hast mich kontaktiert und du hast dich dazu auch bereitgestellt, all den Menschen da draußen zu helfen, die wirklich so an diesem Limit sind und nicht mehr weiter wissen. Und niemand spricht darüber, weil sie schämen sich. Und du kannst es aus erster Hand erzählen, wie es ist, wenn man wirklich psychische Störungen hat oder eben mit der mentalen Gesundheit nicht auf dem höchsten Level ist, was das mit dir macht. Und da würde ich jetzt sehr gerne in deine Geschichte einsteigen, weil ich habe gehört, alles begann vor Corona. Genau. Wow. Okay. Kannst du uns genau erklären, wie sich diese mentalen Depressionen angefangen haben zu bilden? Was waren so die ersten Anzeichen vor Corona, wo die Geschichte wirklich gestartet hat? Also angefangen hat es mit Schlafstörungen. Ich bin ein Mensch, der eigentlich immer gut schlafen konnte. Und dann plötzlich hat das nicht mehr geklappt. Ich konnte nicht mehr durchschlafen, hatte nicht mehr dieselbe Energie. Ich bin eigentlich ein sehr energiegeladener Mensch. Und plötzlich habe ich da gemerkt, das fehlt mir. Irgendwas ist anders. Und dann ging es rüber zu der Leistungsabnahme meines Workoutputs. Und ja, dann habe ich gemerkt, oh shit, ich kann das nicht mehr stemmen. Im Sinne von, war dir einfach alles zu viel, was früher normal war? Genau. Also ich war immer eine Person, die ein bisschen over the top war. Also ich war immer auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig. Und musste merken, dass das nicht mehr geht. Dass mein Energielevel das nicht mehr aushält. Und was denkst du, was die Ursache davon war? Mehrere Komponenten. Also ich kam von einer Weltreise oder Europareise zurück. Ich war ganz alleine in, ich glaube, 13 Ländern. Und ja, das hat meinen Horizont extrem erweitert. Aber dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz und alles war wieder beim Alten. Oh, okay. Das heisst, du hast zuerst mal so eine Reise auch gemacht. Genau. Und dann hast du gesehen, wie die Welt da draussen funktioniert. Genau. Dass dir doch irgendwas in der Schweiz auch fehlt. Genau, so ist es, ja. Also mir war es zu langweilig, das, was ich gemacht habe. Also ich war in der Immobilienbewirtschaftung zu Hause. Also als du zurückgekommen bist, wieder von der Weltreise. Genau. Warst du wieder beim gleichen Job angestellt. Genau, also nicht beim gleichen Arbeitgeber. Aber ich dachte mir, was will ich denn machen? Ich weiss gar nichts anderes. Also gehe ich mal zurück. Und das war der fatale Fehler. Weil du eigentlich die letzten 13 Länder gewachsen bist. Genau, genau, ja. Und was hat das mit dir gemacht? Ja, ich kam zurück und dann habe ich gemerkt, eben alles ist beim Alten. Also sprich, meine Freunde sind noch die gleichen, was ja nicht schlecht ist. Aber die waren alle mehr oder weniger in Beziehungen und ich halt nicht. Und ich war da so an einem ganz anderen Punkt gefühlt in meinem Leben. Und ich fühlte mich nicht mehr richtig willkommen. Wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube, 28. Saturn Return Jahre. Das hatte ich gerade im letzten Podcast auch. Ja, ja. Zwischen 27 und 30. Was das mit Menschen macht, ist mega spannend. Ja, ich glaube, man sagt auch, mit 28 kommt all das Unterbewusste hinauf. Und ich merke jetzt immer mehr, dass die Leute sagen, ja, da wird es schwierig. Oder da muss man an sich schaffen. Vor diesem Umbruch zu 30. Genau. Okay, dann bist du zurückgekommen und dann hast du gemerkt, alle haben sich auch andersweilig entwickelt. Gewisse haben Beziehungen gehabt, Kinder, verheiratet und so. Wahrscheinlich genau um diese Zeit. Genau, genau. Und du warst einfach Single. Ja. Und noch alleine. Ja, und das war alles so ein bisschen konservativ. Und ich bin alles andere als konservativ. Und dann dachte ich so, ja, ist es das jetzt gewesen? Das kann es ja nicht sein. Ja, und ich war da auch nicht so ehrlich und transparent zu meinen Freundinnen. Hast du es weggelächelt? Ja, auch. Was waren so Antworten? Das muss ich jetzt wirklich fragen. Was waren so Antworten? Hey Kelly, wie geht es dir? Was gibt es Neues? Das weiss ich gar nicht mehr. Aber ich merkte, ich war nicht mehr wohl in mir selber. Also ich war schon transparent im Sinne von, wie geht es mir, aber ich war nicht transparent, wie ich die Beziehung zwischen mir und meinen Freundinnen empfinde. Das kam erst viel später. Wie meinst du, wie du die Beziehung zwischen dir und deinen Freundinnen empfindest? Also im Sinne von, dass da so etwas dazwischen war, weil eine Eifersucht wahrscheinlich da war? Kann das sein? Ich denke schon, ja. Also ich habe mir das gewünscht, eine Beziehung, aber das kam halt irgendwie nicht so oder nicht so, wie ich wollte. Also ich hatte schon vorher auch Beziehungen, aber das ging mir zu sehr in dieses konservative Familienleben. Und ich habe gesagt, nein, ich bin die Falsche. Such dir eine richtige Mutter. Ja, ja, ja. Du warst ehrlich zu dir selbst und zum Partner. Ja, genau. Und das ist ja sehr gut, dass ich das gemacht habe. Aber andererseits habe ich mir damals dann auch gewünscht, dass ich eben dieses Familiensetting eine Art habe. Also auch wenn es jetzt ohne Kinder ist, einfach ein Partner. Genau. Und das ist einfach nicht eingetroffen, weil das Timing vom Universum noch nicht perfekt war. Genau richtig. Weil deine Reise hat dann erst richtig gestartet. Ja, kann man so sagen. Also nach diesen Schlafstörungen, was hast du dann so erlebt? Gedanken, also Teufelsgedanken wahrscheinlich? Ja, so Gedankenkreisen, immer wieder das Gleiche. Also immer und immer wieder. Und welcher Gedanke warst du so dominant? Ja, nicht zu genügen. Ich kann nicht mehr das leisten, was ich mir gewohnt bin. Ich habe noch nicht dies und das fertig gemacht. Also schrecklich. Du hast Selbstzweiflung. Ja, mega. Du hast dich selbst runtergemacht. Ja, mega. Ja, und es war alles andere als einfach zurückzukommen und mich zurück einzufinden in diese Immobilienwelt, die gar nicht zu mir passt. Mhm. Genau. Aber ich wusste nicht, was ich genau machen wollte. Hat auch das Geld nicht, um komplett eine andere Schiene zu machen. Oder ja, es braucht eigentlich gar nicht viel Geld, aber es braucht Mut. Und den Mut hatte ich damals noch nicht, eine ganz andere Schiene zu fahren. Und mit wem hast du darüber gesprochen zu diesem Zeitpunkt? Als du gesehen hast, es geht ja immer schlimmer und schlimmer. Irgendwann mal kann man die Energie des Menschen einfach riechen. Man sieht es. Ja, ja. Also ich habe relativ schnell reagiert und mir psychologische Hilfe geholt. Das hat auch geholfen, aber ich bin so, ich meinte zumindest, ich sei genug stark und ich stimme das schon und ich muss sie nicht so regelmässig treffen. Weil ich dachte, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Grundversicherung die Psychologin quasi übernimmt. Und ich habe ziemlich viel selber bezahlt. Ah, okay. Das heisst, weil du gemerkt hast auch, dass es irgendwo durch teurer sein könnte, hast du natürlich auch weniger Benefits davon bekommen, weil du gedacht hast, irgendwann mal treibst du dich auch in Schulden oder so. Ja, genau. Niemand möchte darüber sprechen, aber es ist leider so. Es ist so, ja. Die sind ja auch teuer. Ja. Und wenn du merkst, dass sie dich ja gut tun, dann gehst du auch öfters hin, weil das ist dann dein Investment. Genau. Also so eine Stunde kostet locker 150 Franken. Mhm. Und ja, wenn du es über die Krankenkasse abrechnest, dann zahst du nur 10 Prozent, oder? Und du hattest Glück, dass du jemanden getroffen hast, der wirklich auch gut war, weil es gibt so viele da draussen. Man muss auch den richtigen finden. Ja. Wie sie mit den Männern. Ist so, ja. Es gibt viele da draussen. Wenn du die richtige Psychologin, den Coach, den Mann, die Freundin. Ja. Genau. Ich muss sagen, es ging nicht auf Anhieb, dass ich die perfekte Person für mich gefunden habe. Das waren so etappenweise. Und die erste Psychologin, die erste Psychologin nach meiner Reise, die war eigentlich sehr gut und die hat eigentlich auch relativ schnell erkannt, dass ich in einer Erschöpfungsdepression laufe. Kannst du das Wort Erschöpfungsdepression, weil in der Entro konnte ich das einige Mal nicht richtig aussprechen, kannst du genau erklären, was das heisst? Also das ist eine Mischform. Das ist einerseits eine Depression. Depression ist Schwerfälligkeit und eine Erschöpfung, wie das Wort schon sagt. Also man ist sehr niedergeschlagen, energielos. Ja. Und kann unter Umständen auch nicht schlafen. Das ist Erschöpfung. Aber diese Erschöpfung gibst du dir eigentlich selbst, weil du dich ja selbst fertig machst. Genau. Es kommt alles aus dir. Ja. Du wirst immer mehr leisten, aber es geht wie nicht. Und ja. Und wie viele Sessions hattest du mit dieser Psychologin, bevor du dann in die Klinik gekommen bist? Sag mal in der Klinik. Ja, ja. Also es gab noch einen Wechsel dazwischen. Ja, ich muss sagen, eben zuerst Psychologin, dann hat sie mir gesagt, hey, es wäre gut, wenn du in eine psychiatrische Klinik gehen würdest. Und ich habe damals gesagt, nein, kommt nicht in Frage, weil, Ironie der Geschichte, meine Mutter war zweimal in einer Psychiatrie. Wow. Und ich habe mir damals gesagt, damals war ich irgendwie 17 und 21. Und ja, das hat mich geprägt und ich dachte mir, ich kann das früher stoppen. Genau. Dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Okay, tschüss, ich gehe zur nächsten Psychologin. Weil du es nicht hören wolltest. Ja, ich wollte es. Das Gefühl, was aufgetaucht ist, oder aufgekommen ist bei der Psychologin, als sie das Wort psychiatrische Klinik gesagt hat, welche Emotion hat das in dir erweckt? Es muss ja etwas erweckt haben, als du 17 warst. Wie könntest du diese Emotion beschreiben? Ja, es gibt so diese Statis, Fight, Flight or Freeze. Und bei mir war es eigentlich mein Leben lang immer dieses Flight, also Flüchten. Und damals war es auch eine Flucht. Eine Flucht zu der anderen Fachperson, die mir eigentlich nicht das Gleiche gesagt hat. Also sie meinte wiederum nicht, dass ich das brauche. Ich sei genug stark. Ich musste wie selber darauf kommen, dass ich das benötige. Spannend, dass du zwei verschiedene Personen ausgesucht hast. Die eine sagt, bitte mach das, das ist besser für dich. Ja. Die andere sagt, ich glaube an dich, du bist genug stark. Ja. Ich denke, das hat auch mit Charakter zu tun, der Fachperson. Ja, oder wie sie auch das Leben sehen. Ja, genau. Weil das Bild hast du ihnen ja beide das Gleiche gegeben. Genau. Wahrscheinlich denkt eine positiver, die andere negativer. Ja. Aber du darfst herausfinden, aus dem freien Willen heraus, was für dich das Richtige ist. Genau, ja. Ja, das war komisch, dass ich plötzlich darauf kam, dass das das Richtige ist. Ja, ich muss da ein bisschen tiefer graben. Das heisst, bei der ersten, als du es gesagt hast, wolltest du fliehen. Bei der zweiten hat es dir aber nicht gefallen, dass sie dir gesagt hat, dass du genug stark bist, weil du dann realisiert hast, sie glaubt viel mehr an mich als ich selbst an mich selbst. Ja, möglicherweise. Ja, genau. Jetzt haben wir den Aha-Moment. Ja. Sorry, ich muss immer ein bisschen für mich diese Momente erleben, damit es Sinn macht. Ja, weil es dann der freie Wille ist und dann bist du ehrlich zu dir selbst. Ja. Und dann ist es nicht mehr die Flucht, sondern ich gehe und versuche mal, diesen Weg einzuschlagen. Genau, und das ist eher, ich entscheide mich für diesen Weg, weil ich keinen anderen Weg mehr sehe. Und ich denke, das ist ein Teil von der Heilung selbst, sich einzugestehen, hey, es geht mir jetzt nicht gut, aber hey, es gibt so viele Fachpersonen da draussen, die helfen mir. Und ich denke ehrlich gesagt, dass jede Person so einen Aufenthalt richtig guttun würde, weil man zu sich selbst kommt. Man nimmt sich Zeit, reflektiert, hat gewisse Therapien und spürt sich so richtig im Körper, oder was gut tut, was jetzt nicht gut tut. Und so extrem auseinandersetzt du dich kaum, wenn du keine Probleme hast. Wenn du aber im Kreis bist von diesen gleichgesinnten Menschen, was macht das mit dir im Alltag? Es bestärkt dich, dass du auf dem richtigen Weg bist und du hast auch einen Vergleich, wie es vielleicht anderen auch geht. Und dann siehst du manchmal, ja, einer anderen Person geht es vielleicht noch schlechter und dann denkst du, ja, okay, dann bin ich doch nicht so schlecht dran. Eigentlich, ich bin gegen Vergleiche und trotzdem ist es menschlich und man tut es, oder? Und mir hat es geholfen. Ich habe in dem letzten Podcast gehört, weil ich bin ja der zweite Podcaster, den du schon jetzt gemacht hast. Du hattest eine Begegnung in der Klinik und zwar war das jemand, den du schon kanntest. Ah, ja, genau. Genau, weil das ist auch ein mega spannender Teil deiner Geschichte. Genau. Wirst du da eingeliefert sozusagen, extrem, weil von diesem Wort haben ja alle Angst. Und dann triffst du einfach dann Menschen, die du schon von der Kindheit aus kennst. Und du hättest wahrscheinlich nie gedacht, dass diese Person genau dort sein wird. Es war mega lustig. Also ich wusste, dass sie medizinische Praxisassistentin ist oder Pflegerin, ich weiss jetzt nicht genau was. Auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, arbeitest du hier? Dann sagt sie, nein, sie ist hier zur Behandlung. Und ich so, ah, Dito. Und dann haben wir gelacht, weil es irgendwie so komisch war, die Situation. Jetzt hättest du wahrscheinlich nie gedacht, dass jemand aus dem medizinischen Bereich dann sich selbst auch mental kaputt machen kann. Wie lange warst du in der Klinik? Man sagt so generell, dass man vier bis sechs Wochen da drin ist. Und ich möchte noch dazu sagen, es gibt eine freiwillige Einweisung. Das ist, wenn du dich selbst einweist. Und dann gibt es noch eine fürsorgerische Unterbringung. Das ist, wenn du selbstgefährdet oder fremdgefährdet bist, dann ist es nicht mehr freiwillig. Denkst du, dass alle von uns eines Tages eine kleine Depression erleben werden? Was sagt so die Statistik? Ja, statistisch gesehen ist es so, dass jede zweite Person in ihrem Leben das erlebt. Also das ist keine Seltenheit. Und ja, ich glaube, neun von zehn Personen kennen jemanden oder jemanden im engeren Umkreis, den sie kennen mit einer Depression oder ähnlich. Und das ist schon erschreckend. Mega. Weil es gibt die, die darüber sprechen und es gibt die, die das einfach weglächeln. Und was wurde euch in der Klinik beigebracht, was jetzt für immer bleiben wird? Ich denke, dass alle Gefühle berechtigt sind und dass das keine Schande ist, wenn man das hat. Aber ich glaube, ich musste zuerst an meine jetzige Arbeitsstelle kommen, zu merken, wie verbreitet das ist. Und du arbeitest ja bei Ensa. Also eigentlich für die Stiftung Promete Sana. Und Ensa ist ein Projekt von der Promete Sana, genau. Und Promete Sana ist was genau? Jetzt musst du mich auch hier ein bisschen instruieren, weil das ist absolut nicht meine Welt. Also das ist eine Stiftung für psychisch beeinträchtigte Personen. Das heisst, wenn zum Beispiel eine Person in eine Depression fällt, kann es ja sein, dass sie die Arbeitsstelle verliert. Was mir ja auch passiert ist. Ja. Und da gibt es eine juristische und eine psychosoziale Telefonberatung. Das heisst, du kannst quasi free of charge denen anrufen und dich beraten lassen. Das wusste ich damals alles noch nicht. Also das kam alles später. Genau. Und das ist eine super tolle Stiftung, die sich um diese Randgruppe, sage ich jetzt mal, die doch nicht so klein ist, kümmert. Kennst du die Nummer auswendig? Nein. Es ist eine 0800er Nummer. Okay. Egal, wer das gerade hört. Promete Sana. Genau. Ja, geht es googeln, falls ihr das jetzt wirklich nötig habt. Ja. Und dann kann man da anrufen und dann geben sie dir auch die erste Hilfe. Genau. 24-7? Ne, nicht 24-7. Es gibt gewisse Telefonzeiten, das seht ihr alles auf der Homepage. Ja, und da hast du dann die Arbeitsstelle gefunden und damit auch dich selbst neu erfunden. Ja, kann man so sagen. Es gab so Teilschritte, die ich da gelernt habe. Aber es war nicht alles rosig da. Also ich habe auch wieder, ich kam wieder in dieselben Muster wie vorher, puncto Leistung. Nach der Klinik? Ja, also das Selbstwert, an dem bin ich heute noch dran. Und man bedenke, im 2020 habe ich so richtig damit angefangen, an meinem Selbstwert zu arbeiten. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt langsam ist es auf einem guten Niveau, sodass ich nicht an mir zweifle, sodass ich dich, Mira, anschreiben konnte. Ja, aber es ist ein langer Weg. Ein langer Weg. Wenn du es alleine machst. Ja. Hattest du schon mal diesen einen Moment, wo du dich im Spiegel anschaust und du einfach nur noch alles andere als Leben siehst und du dir am liebsten die Haare ausreissen würdest, weil der Schmerz zu gross ist? Haare ausreissen nicht, aber Haare abschneiden. Echt? Ja. So, jetzt. Cut. Und dann? Was macht dieser Act, dieser Cut? Quasi alte Zöpfe abschneiden. Wow. Und in diesem Moment hat sich das gerade noch gut angefühlt, wenn man das dann so macht. Du fühlst dich wie befreit, oder wie? Ich habe es ja dann schlussendlich nicht gemacht, aber ich habe es mir immer wieder vorgestellt, so wie Britney Spears ihre Haare. Mit dem Rasiermesser oder mit dem, wie sagt man? Ja. Beim Schäfer. Ja genau, Schäfer. Ich weiss jetzt auch nicht, das ist deutsch. Genau. Das sind alles Indikationen darauf, dass es jemandem wirklich schlecht geht. Ja, ich denke schon. Also das ist heftig, finde ich. Ja, voll. Weil das hört man halt immer wieder. Und das Gefühl, das tut mir weh, nur schon das zu hören. Weil ich verstehe nicht, ich habe so viel Liebe für mich selbst und für die Welt und ich sehe so viel Leben in allem. Und genau diese dunkle Seite, die hatte ich auch mal im Leben, aber so extrem jetzt, wie du das beschreibst? Nein, weil ich mich irgendwie immer wieder fangen konnte, weil ich mir nicht erlaubt habe, in diese Negativspirale so tief zu versinken, weil das Leben zu schön ist und ich irgendeinen Purpose hier habe. Also ich muss am Leben bleiben, ich muss positiv sein. Und irgendwie habe ich mir diese Affirmationen zugesprochen, die so effektiv wurden. Du sagst etwas Wichtiges, Purpose. Also im Leben braucht es einen Lebenssinn. Und den habe ich eine lange Zeit nicht gehabt. Ich wusste nicht, wohin gehöre ich. Ich bin doch einfach ein Einhorn. So eine komische, die da nicht reinpasst. Aber jetzt habe ich gemerkt, ja, eigentlich so komische Menschen wie mich braucht es. Was, wenn das Komische einfach nur normal ist? Und das, was wir denken, normal zu sein, ist genau das Langweilige. Genau. Was hast du entdeckt? Was ist dein Purpose? Ja, ich denke, es ist eine Chance, so frei darüber zu sprechen, dass es einfach auch mal dunkle Momente im Leben geben kann. Und ich möchte eigentlich mit meinem Tun Menschen helfen, die das verlernen oder nicht mehr daran denken und wieder ihren Lebenssinn finden. Aber das, dass du das heute mit uns teilst, war doch enorm wichtig, was du alles die letzten drei, vier Jahre erlebt hast. Absolut. Und hättet ihr damals irgendwie, Gott, das Universum, was auch immer du glaubst, ist ja schön, gesagt, ich gebe dir jetzt diesen Weg. Und glaubst, wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du den Purpose für dein Leben finden. Hättet ihr das nicht Angst gemacht? Ehrlich gesagt, ich dachte schon, dass dieser Crash oder diese Talfahrt, dass das mich zu dem bringt, was ich dann später mache. Ich habe das irgendwie gefühlt. Wow. Das ist eben die Immobilienbranche, wo es alles zahlenbasiert ist, umsatzbasiert, wenig Leerstand und so weiter, dass das gar nicht passt. Dass ich das nur aus Vernunft gemacht habe. Vernunft für die Gesellschaft? Für wen? Nee, schon für mich. Aber es ist so, in meiner Familie gibt es gewisse Wohnungen, Häuser. Und ich dachte, ja, mache ich das mal. Das macht schon Sinn. Eingeboren. Ja, genau. Das macht dann Sinn, ja. Weil du kennst es nicht anders als das, was dir vorgegeben ist, von klein auf. Wobei, meine Eltern haben nicht solche Berufe ausgeübt. Das habe ich mir wie selber auferzwungen. Ich meinte, ich müsse viel Geld verdienen, um angesehen zu werden und so weiter. Und dann dachte ich, Immobilien ist ein guter Einstieg. Und es hat mir sicher auch viel gelernt. Da bin ich mega dankbar. Aber jetzt ist eine andere Zeit gekommen. Man wächst aus etwas raus und merkt, dass so viele Opportunities da draussen sind. Und man freien Willen hat, überall Fuss zu fassen, wo man wirklich das Herz da hat. Aber genau das, diese Vielfalt an Möglichkeiten, das ist mega schwierig einzudämmen. Weil ich bin so vielseitig interessiert, dass ich mir fast alles vorstellen könnte. Aber dann diesen einen Weg zu gehen und den zu verfolgen, ja. Da würde ich aber jetzt gerne einsteigen, für alle die, die genau das Gleiche fühlen wie du. Wie würdest du jetzt sagen, von all diesen Möglichkeiten da draussen, dass du genau diesen Weg dir selbst erschaffen hast? Weil es sind ja die kleinen Schritte, die dann den grossen Weg ausmachen. Ja. Also meinst du jetzt, wie ich darauf gekommen bin, genau den Weg zu gehen? Ja, weil wenn du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten da draussen. Ich formuliere es jetzt mal so, wie ich das erklären würde. Wie du den Purpose auch findest, ist ja, weil du genauso viele Möglichkeiten hast, gibt es diesen inneren Ruf und der führt dich tatsächlich eben auf den richtigen Weg. Und dann beginnt sich alles ein bisschen zu formen. Man merkt es noch nicht, in welche Richtung, aber man steht auf. Man fühlt sich schon mal gut und leicht und das ist schon ein gutes Anzeichen, dass du auf dem richtigen Weg eben bist. Und dann merkst du, von all den anderen Möglichkeiten, dich irgendwo anstellen zu lassen oder irgendwie eine andere Selbstständigkeit anzugehen, hast du dich genau für diese schlussendlich entschieden, weil sie nicht aufgezwungen war. Die kam aus der Liebe raus. Ja, ich finde das mega schön. Also man sagt ja, oder viele sagen, hör in dich hinein und du findest die Antworten. Und genau so ist es einfach. Und es braucht eine gewisse Zeit, um diesen Weckruf wahrzunehmen. Aber wenn du dann diesen Weg gehst, dann fühlt sich alles stimmig an. Und eben auch im Körper, wie du sagst, es macht was mit dem Körper. Man fühlt sich frei, man fühlt sich lebendig. Ja, und ich fühle mich einfach gut, weil ich weiss, ich kann anderen helfen. Es gibt so viele da draussen, die das bestimmt hören müssen. Genau, es ist genau so, so viele. Dass es ihnen besser geht, ja. Ja. Und so diese kleinen Schritte, also auch in meinem Umfeld, wenn ich die ein bisschen beraten kann, wenn ich das so sagen darf, das gibt mir unheimlich viel. Die kleinen Schritte, wie meinst du das, wenn jemand was macht oder wenn jemand auf dich zukommt mit einer Information? Also ich merke schon immer, je länger ich in dieser Branche arbeite, desto mehr Leute kommen auf mich zu und sagen, die öffnen sich und sagen, hey, ich habe Panikattacken, was kann man da machen? Dann sage ich, du, ich bin keine Spezialisten, weil ich hatte das nicht, aber versuch es doch mal so und so. Dann gebe ich einen kleinen Input und dann daraus resultiert was. Weil die Leute, die mich anschreiben oder die mir telefonieren, die wollen an sich arbeiten und das ist genau dieses Zielpublikum, das ich ansprechen will. Ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die eben an sich arbeiten wollen. Und da kommen viele durch Social Media auf dich zu oder ist es mehr aus dem Umfeld? Noch nicht so, aber primär das Umfeld. Umfeld, weil man spricht dann auch über das, was du erlebt hast und dann kann man schnell sagen, ich kenne eine, die hat das auch durchgemacht. Hast du den Weg zu Gott oder zu der spirituellen Welt durch diese Erkrankung, Anführung, Schlusszeichen, weil ich mag das Wort auch nicht zu sagen. Ja, ja. Verwerte. Ja, es ist unglaublich. Negativ konnotiert, ja. Ja, ich kann es irgendwie gar nicht aussprechen, aber du forderst mich aus, auch diese Wörter mal zu benutzen. Ja. Hast du den Weg zu Gott oder zu der spirituellen Welt gefunden durch diese Erfahrung? Nice Wort. Nee, ich hatte die schon vorher entwickelt. Schon vorher? Ja. Ah, das erklärt auch, wieso du dann gesagt hast, dass du wusstest, in diesem Prozess könnte das zu etwas Größerem führen. Genau, ja. Also dieses Spirituelle ist vielleicht Bestandteil in meinem Leben seit, ja, ich würde sagen seit 2014. Also wo ich aktiv auch an Seminaren teilnehme und so weiter. Wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Da war ich 26. Okay. Ja, auch in den 20ern passiert das Nussenshift. Genau. Ja. Und als du dann aus der Klinik rausgekommen bist, hast du gesagt, du hast begonnen, dort zu arbeiten. Wie hat das Umfeld auf dich reagiert? Weil du warst ja mal sechs Wochen einfach in den Ferien oder sonst wo. Das ist ja auch die Frage, was hast du anderen gesagt? Genau. Also ich war ehrlich, transparent zu meinem engsten Freundeskreis. Ich muss aber sagen, die meisten wussten nicht, wie sie mich handhaben sollen. Also sprich, wie sie mit mir umgehen sollen. Ich habe gemerkt, die Leute wollen sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Also die wollen mich eher schützen. Und nicht darüber sprechen. Und nicht darüber sprechen. Ist das eine Schweizer Mentalität, dass man da so eine Mauer hat? Und da jetzt nicht mehr. Bis da ist gut und dann nicht mehr. Weil dann ist es zu privat. Ja, ich denke schon, dass das mit der Schweizer Mentalität zu tun hat. Weil im angelsächsischen Bereich, sei es in Australien, England oder auch Amerika, die sind viel offener diesbezüglich. Da ist der Psychologe wie zum Zahnarzt zu gehen. Voll. Jeder hat irgendwelche Sessions. Genau. Ja. Und ich wünsche mir das für die Schweiz. Ich mir auch. Ja, weil ich finde es ja schön, dass es so eine respektvolle Grenze gibt. Ja. Aber ich denke, genau hinter dieser Grenze, wo der richtige Mensch ist, da ist die richtige Connection. Genau. Diese Mauer haben wir wirklich gut aufgebaut. Es beginnt ja schon in der Schule. Frag nicht. Nein, darfst du nicht. Macht man nicht. Und was, wenn man genau das anders beibringen würde? Mach, geh, frag. Und dann mal schauen, wie der Mensch darauf reagiert. Weil das zeigt ja auch Liebe, weil es Interesse ist. Ich war schon immer so ein Kind, das eben gefragt hat oder nochmal gefragt hat. Und schon da fühlte ich mich ein bisschen anders als die anderen, weil sie sich eben nicht getraut haben. Ja. Du hast das Leben wirklich hinterfragt, ne? Ja. Und du hast ja alle Antworten, alle Enzas hast du bekommen. Weil Enza heisst Antwort auf eine alte Sprache aus dem australischen Bereich, oder wie? Genau, Aborigines Sprache. Aborigines Sprache, ja. Deine Enzas hast du im Leben bekommen. Genau. Mega. Mhm. Ja. Und dann bist du rausgekommen und eben dann haben nicht alle darüber gesprochen, weil die hatten diesen grossen Respekt vor dir. Wann hast du dann aktiv begriffen, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo ich einfach ich sein kann und das einfach alles gegen aussen tragen kann? Hm. Wann kam das? So eine spirituelle Erleuchtung, oder wie man dem auch sagen will. Ich denke, letzten Sommer passierte so ein Shift. Da war ich drei Wochen in Südfrankreich. Ah, mein Lieblingshaar. Ja. Ja, das ist die Heilung. Also das ist meine Klinik. Ja, es war halt immer schönes Wetter und tolles Essen und ja, auch Dolce Varniente. Das habe ich letztens mal in South of France getragen. Ah, okay. Kein Wunder. Ja. Heute haben wir diesen Podcast. Genau, und ich dachte mir, jetzt muss ich mich zeigen. Die Welt hat darauf gewartet, also nicht auf mich im Speziellen, aber dass ich wie so ein Sprachrohr bin für diese Welt. und dann habe ich mich langsam an Podcast bei Robin Rehmann eben angetastet und ich habe mega schnell Feedback bekommen und dann dachte ich, wenn nicht jetzt, wann dann? Das heisst, du hast eigentlich das Sprechrohr gesucht, weil du hast es gemerkt, jetzt bist du ready. Ja. Und ich denke, da musst du auch dich wirklich stärken und sagen, ja, die Welt, die braucht mich. Ja, genau. All diese Erfahrungen, die du gemacht hast und dass du da einfach so selbstbewusst stehen kannst heute. Das ist so eine Bereicherung für diese Welt. Danke. Ja. Das sehe ich auch so. Genau. Ich mache manchmal so Schulterklopfen. Ja. Weil, ja, ich finde mich jetzt toll und ich finde es toll, wie ich das mache, aber ja, das ist schon ein Prozess. Wie ist es dann mit der Partnerwahl in deinem Leben, wenn du das alles durchgemacht hast? Sagt man das transparent beim Dating? Also ich schon. Du schon. Und wie reagieren dann die Männer? Oder das ist gegenüber so? Du, es war für mich ganz einfach. Ich habe mir gesagt, entweder man akzeptiert all diesen Ballast oder man ist nicht die richtige Person für mich und so war es. 50-50 oder 90-10? Wie war es das so? Fight or flight or freeze. Was waren so mehr die Reaktionen? Lustigerweise war es so, ich hatte eine, sagen wir, bevor ich bei Promete Sana angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich eine ziemlich wilde Datingphase und da wusste ich, das sind keine Kandidaten dabei, die passend sein können und ich war auch noch nicht bereit, diesen Schritt einzugehen, dieses Commitment. Und dann habe ich bei Promete Sana angefangen zu arbeiten und dann habe ich bei einem Impro-Theater mitgemacht und zu mir nach Hause eingeladen und dann habe ich jemanden kennengelernt. Genau dort. Genau und ich kannte ihn nicht, erstens. Zweitens, ich hatte keinen Bock auf Männer. und ich glaube, mit dieser Attitüde, so kein Bock und ich mache mein Ding, dann kommen sie wie fliegen. Wieso ist das so? Wie kann man sich das erklären, wenn die Frau einfach ihr Ding macht, weil sie so frei ist in der Energie, sie rennt nichts hinterher? Genau. Ja und vorher war es so, dass ich hinterher gerannt bin und ich habe mir gesagt, nee, ich bin besser als das. Schön. Und so sagt man, like attracts like. Ja, genau. Und ja, jetzt bin ich zweieinhalb Jahre mit einem Mann zusammen. Schön. Und wir hatten viele Ups und Downs, aber jetzt umso mehr Ups. Ich denke, diese Reibung braucht es halt auch am Anfang, ein bisschen das Fundament sich anzutasten. Genau. Ja, wie ist er dann so drauf? Kenne ich diese Seite? Das ist eine Überraschung, ja. Es sind ja zwei Leben, die aufeinander kommen, so wie zwei Berge. Und dann entsteht ein neuer Spitz. Ja, genau. Ja. Und hatte er auch schon mit psychischen Erkrankungen zu tun? Jedes Mal, wenn ich so ein Wort sage, müssen wir schmunzeln. Hat er auch so die Berührung damit? Ich glaube, nicht so wie ich, aber er hatte sicher auch schon dunkle Momente in seinem Leben oder die schwierig waren. Aber ich finde, er hat sie gut gemeistert. Und das hat mich eben auch angezogen, dass er weiss, wovon ich spreche. Schön. Einfach, dass das Vertrauen erstens grösser ist und zweitens auch, wie sage ich, Halt. Ja, Halt. Safety Net. Genau. Er versteht dich. Und du wirst nicht verurteilt, wenn mal eine Phase kommt. Genau. Ja. Ich finde es so krass, wie die Gesellschaft Menschen fertig macht, die einfach mal eine Phase haben. Aber die Phase ist eine Selbstfindung. Weil sie den Purpose nochmals finden müssen oder korrigieren müssen. Und ich denke, viele, die das nicht erlebt haben, judgen, ohne zu verstehen, wie wichtig dieser Lebensweg für diese eine Person ist. Man hört es ja immer wieder, nach so grossen Downs kommen die wie eine Phoenix hoch und das ist wie ein Engel für die Welt. Man hat was durch diese Phase lernen können, weil Gott oder das Universum musste dich da durchführen, damit du dich stärkst und die Welt bereichern kannst. Man sagt ja auch, without rain, no flower. Und das ist wirklich so. Es muss zuerst der Boden gewässert werden, damit überhaupt eine Blume sprießen kann, oder? Ja, eben. Sonst wärst du halt immer noch bei der Immobilienfirma angestellt und du hättest gar nicht gesehen, wie viel du durch das Dasein auf dieser Welt anderen das Leben bereichern kannst. Ja, ist so. Ja. Schön, dass du aber auch einen Partner heute gefunden hast und dass du nach dieser langen Reise doch die Liebe gefunden hast. Hey, mega! Ja, ist schön. Ja. Und was kannst du den Menschen mitgeben, die jetzt gerade in so einer depressiven Phase sind? Gibt es eine kleine Technik zu Hause, die man anwenden kann, bevor man den ersten Anruf macht? Ich denke, was ein Skill von mir ist, ist das Atmen, Atemtechnik. Also zum Beispiel vier Sekunden durch die Nase einatmen, dann zwei Sekunden pausieren, also den Atem halten und dann sechs Sekunden ausschnaufen. Das hat mir geholfen und halt immer wieder. Bis man merkt, die Herzfrequenz geht runter. Und das beruhigt einen. Das ist in jedem Moment möglich. Man kann auf die Toilette verschwenden. Ja, irgendwo. Hauptsache man auch macht diese Atemtechnik. Oder auch mal eine Pause machen. Also sei es bei der Arbeit, eine Runde um den Block gehen, das kann jeder machen. Ja. Sie ist zu erden. Mhm. Okay. Und wo sind die ersten Anzeichen, dass man den Hörer aufnehmen soll und diese Nummer kontaktieren soll? Ja. Je schneller, desto besser. Weil je eher dir geholfen wird, desto eher hilfst du dir selber, oder? Mhm. Und was ganz falsch am Platz ist, ist die Scham. Die Schambehaftung von diesen psychischen Erkrankungen. Das ist Bullshit. Ja. Weil die, die sagen, oh, tu doch nicht so. Das sind diejenigen, die es am meisten nötig hätten, so einen Aufenthalt. Das ist jetzt mega stark gesagt. Es ist so. Ja. Ja. Besser einmal mehr anrufen und weggewiesen zu werden. Genau. Oder eingewiesen zu werden, als einfach nichts zu machen. Genau. Wir sagen bei Ensa, nichts tun ist immer falsch. Ja. Lieber einmal etwas zu viel machen, als zu wenig. Ja. Wenigstens mal links gehen, damit man weiss, dass rechts doch besser ist. Ja. Einfach machen. Just do it. Wie Nike das immer sagt. Ja, genau. Genau. Hey, mega. Gibt es eine Quote, die dich eigentlich durch deinen Alltag immer wieder bestärkt? Einen speziellen Quote gibt es nicht. Ich lasse mich immer wieder neu inspirieren. Weil das Leben ist ja ein ständiger Prozess. Und mal stimmt der Quote und dann wieder ein anderer. Was stimmt momentan bei dir so? Welcher resoniert mit dir am meisten? Das ist wirklich schön gesagt jetzt. Ich kann dir keinen nennen, aber ich bin im Moment so im Flow-State. Also ich habe drei Wochen Ferien, jetzt bin ich in der zweiten Woche. Und ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Und alles korreliert mit deiner Energie. Also wie du auch sagst, Energie ist matschentscheidend. Mhm. Ja. Und ich merke, du bist in einer sehr guten, harmonischen Energie. Die Ferien tun dir wirklich gut. Also so, wie ich dich jetzt erlebe. Du bist so entspannt, relaxed. Warst du gesagt, du warst aufgeregt heute für diesen Podcast. Dabei hattest du ja schon einmal einen aufgenommen. Aber wenn du jetzt zurückschaust, die letzten 45 Minuten. Du bist gewachsen. Irgendwie in der Ruhe ist ja da. Irgendetwas musste sich ja verändert haben. Ja, ich glaube, es ist nur immer zu Beginn, dass man eine gewisse Nervosität hat. Und dann plötzlich merkt man, hey, ich weiss ja, was ich da sage. Weil es wahrheitsgemäss ist. Ja, genau. Weil ich es erlebt habe. Ja, das ist deine persönliche Geschichte. Mega. Danke. Ja, das Lustige eben auch ist, dass du durch Numerologiste auf mich gestossen bist. Ja, genau. Und du hast mir gesagt, dass ihr die gleichen Zahlenkombinationen habt. Genau, 33 aus 6. 33 aus 6. Sie hat die Berechnung wahrscheinlich gemacht, direkt als sie dich gesehen hat. Genau. Und hast du gemerkt, dass das, was sie so macht, tut dir auch mega gut? Ich war auch einmal in einer Beratung bei ihr und das hat mir auch mega geholfen. Mega. Echt. Und du bist auch so eine treue Followerin. Du siehst, was der Purpose ist von jedem da draussen und was mit dir auch wirklich resoniert. Und dann versuchst du es einfach mal, so wie das Gegenüber das macht, weil es wahrscheinlich auch der richtige Weg für dich sein könnte. Genau, ja. Aus der Inspiration raus. Also, ich habe wirklich nur meine Bubble auf Instagram. Das heisst Fachpersonen, Psychologen, Psychiater habe ich nicht, aber Neurochirurgen. Jetzt haben wir zu viel gesprochen. Ja, Dr. Amen heisst er. Den finde ich super. Ja. Und alles, was irgendwie nicht mehr resoniert mit mir, das entfolge ich. Das ist meine Energie und meine Bubble. Und die Welt habe ich mir so geschaffen. Und das heisst auch Protect Your Energy. Absolut. Immer und überall. Hey, wirklich mega schön, dass du heute hier warst. Ich respektiere dich so sehr, dass du diese Geschichte heute mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass jeder andere, der dich auch in Zukunft vor dieser Kamera und vor dem Mikro haben wird, dass er dir gleichermaßen den Respekt geben kann. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch. Ja, aber das muss wertgeschätzt werden, dass du von diesen dunklen Zeiten deines Lebens heute so sprechen kannst. Und eben eine Bereicherung für uns alle best. Einfach einen Einblick gibst, dass das voll okay ist. Absolut. Man muss sich für gar nichts stemmen. Und zusammen sind wir viel stärker. Ja, genau. Und auf Instagram kann man dir auf peer.kelly folgen, dich kontaktieren und sonst bei Ensa sich melden, wenn es mal kurz, wie sagen die Schweizer, 5 vor 12 ist. Ganz brennt. Aber wir wollen nicht 5 vor 12, wir wollen 11 vor 30, ist besser. Ja, genau. Dann hat man ein bisschen Zeit noch, damit man sich da korrigieren kann auf dem Wege. Ja. Danke, dass du den ganzen Weg gemacht hast. Danke auch für diese Plattform. Ja, und wenn ihr bitte diesen Podcast wieder liken könntet und subscriben könntet und den Inhalt auch überall teilen könntet mit all den Menschen da draussen, wäre ich wirklich mega, mega happy, weil es ist nicht nur, dass ihr Road Success so unterstützt, sondern auch damit all meine Gäste, die diesen Mut haben, im Studio vorbeizuschauen und ehrlich und transparent der Seele freien Lauf zu geben. Ja, und das ist alles nur Support. Und wir brauchen die Menschen, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Unbedingt. Ja, danke nochmals und ich wünsche dir alles, alles Gute und egal, was du brauchst, kannst mich wirklich immer kontaktieren. Dankeschön. Ja, also alles, alles Gute, wirklich. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.